Okay, Robin Benzing, bei der Veranstaltung heute geht es um Fairness. Warum ist die so wichtig im Sport? Wir haben es heute gehört von vielen Laudatoren. Ich habe es betont, ich glaube, Fairness ist ein Begriff, ein Wert im Sport, der ungemein wichtig ist. Und leider, leider, leider ist es auch ein Begriff, der oft im Hintergrund gerät, weil es gerade im Profisportbereich immer mehr ins Geschäft geht, um Gewinn, um Geld. Und deswegen ist so eine Veranstaltung Fair ist mir so wichtig, um einfach eine klare Message zu geben für Fairness und gegen Unfairness. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle in die richtige Richtung gehen und der Fairness immer die erste Möglichkeit geben. Gut, vielen Dank dir.